Willkommen in einem neuen PvP! Bei den alten Hyper-Reintoren mit Misukiya als Trailer. Ja, die besprechen gerade, wer wann deft. Beziehungsweise jetzt einen Pfeiler einholt. Ich hab das nicht so genau mitgekriegt. Hey, einer fehlt uns! Einer fehlt uns! Ich steh voll gerne hier an der Seite. Weil die gucken da manchmal nicht so arg rein. Manchmal, jetzt schon. Und jetzt muss ich dann auch weg. Hm, okay. Hier oben war ne blöde Idee! Okay. Okay, merke eine blöde Idee nach oben. Boah! Kann ich mich nicht mehr in Ruhe lassen? Geh weg! Geh einfach weg! Mein Fee, du brichst mich ab! Gott! Solche Kletten können echt nerven! Als Heiler hat man immer solche Kletten dran. Das ist voll schön. Hey, jetzt steh ich hier. Ein Ochsfall im Dingens da drin. Im Bereichsschaden. Das ist auch nicht lustig. So, ich mach hier mal auch ne Flächenheilung hin. Ja, irgendjemand hat mich schon wieder als Dingens-Target. Ach Gott! Drei gehen auf den. Das schaff ich nicht mal ein. Oder? Schaffen wir das? Doch, schaffen wir ja. Nicht so präsentisch sein. So. Okay, das geht mir. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Trier ist auch ne Heilerin. Ja. Die Heilerin von uns. So, jetzt hab ich halt keine Macht mehr. Ungünstig. Noch mal ein bisschen hier. Durch meine Machtblase regeneriere ich selber mein Leben. Und das geht dann, wenn ich ein bisschen von meiner Lebenskraft einbüße. Nein! Du stirbst mir nicht! So. Ich geh mal hier irgendwie nicht verstecken. Mit einer Spekulatius. Nee, Spice God da heilen. Der Spekulatius. Ja. Und hier ist wieder einer, der mich angenutzt. So. Ah! Kamera! So. Oh mein Gott! Die Heilerin! Heil die Heilerin! Scheiße! Keine Macht mehr! Was jetzt? Egal! Einfach die Heilerin heilen! Egal! Einfach die Heilerin heilen! Weil die ist meine einzige Hilfe für sie. Okay. Wir haben Pfeiler. Wir haben Heiler. Das ist gut. So. Ja. Ich muss echt mal kurz um die Ecke und mich regenerieren. Darf da jemand? Ja. Ja, da darf jemand. Gut. Macht. Gib mir Macht. Hier kriegst du Schutz. Und ich geh jetzt wieder heim. Wow! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Hier. Oh nein! Unsere Heilerin! Unsere Heilerin! Nein! Ah! Nein, jetzt bin ich dran, ne? Ihr kriegt mich nicht! Ihr... Lasst mich... Lasst ihr mich? Ja. Ich wollte Yudoka ihm nicht heilen. Der ist der Stunetmeck. Gott. So viel Heildingen hab ich nicht. Es sind vier Leute, die schaden auf ihn. Und Leute, die mich auch noch unterbrechen, wie ich es habe. Es reicht. Hallo, jetzt hab ich dieses nicht unterbrochen werden Ding angehabt. Ja? Und der hat mich trotzdem unterbrochen. Was ist denn das für ein Cheater hier? Das geht ja mal gar nicht. Meine Güte. Nee, ihr kriegt mich nicht weg. Nö. Will nicht. Ich will nicht sterben. Und gleich renne ich weg. Und dann... Tschüss. Bin ich mal kurz außer Reichweite. Gott, wie die mir hinterher rennen. Ja, aber weiter trauen sie sich nicht, ne? Bis zum Feiler geht's nicht. Dann hört nicht. So, machen wir den kaputt. Vielen Dank für die Hilfe. So. Und die Heiligen wieder schützen. So. Ist der jetzt mein Heilkreis? Oh. Lass mich mal reden. Ah. Hey. Wo bin ich jetzt? In der Wand, oder was? Äh. Das ist gemein. Hey. Wart auf, mich hier festzuhalten. Das verwirrt mich. Hab ich ihn noch gestern gekriegt? Nee. Hey. Ja, jetzt muss die Tür zu gehen, ne? Jetzt geht die Tür zu. Und warum sind... Nein. Jaina wird mir... Doch, wird mir angezeigt. Sind wir da nur zu siebt? Oder wird der eine einfach nicht bei mir längst angezeigt? Doch, werden hier alle angezeigt. Oh, warum sind jetzt alle tot? Was ist mit euch passiert? Und das ist ihr für Prügel? Ah. Ja, das macht nix. Ich bin selber Heiler. Ich müsste mich anheilen. Hm. Ich kann jetzt aber nicht zurückschreiben. Ah. Komm, lasst mich einfach unfriedern. Wien unfriedern. Wien unfriedern. Ja. Der lässt mich nicht. Guck mal. Geht weg. Okay, das krieg ich nicht hin. Nein. So. Ja. Gut. Dann hat die immerhin auch... Wow. Ähm. Ja. Den krieg ich nicht gehalt. Den krieg ich vielleicht gehalt. Oh Gott, das sind viele hier. Das sind viel zu viele. Ähm. Gott, ich muss zwei Leute hochheilen, oder wie? Haltet den mal auf, dass er kein Ding uns nimmt? Ah. Jetzt muss ich weg. Ah! Komm schon, komm! Nein! Ich wollte mir noch die Panikbubble geben, aber ich hab die Taste verpasst. Ähm. Tür zu. Ah, wir haben beide Pfeile. Oh, wow. Cool. Okay, ist nicht raus. Jetzt erstmal warten, bis das Ding uns da ist. Sonst werde ich gleich gegrillt. Werd ich gleich gegrillt. So. Alles sicher. Genau. So. Mal einer. Ja. Oh mein Gott. Nicht sterben. Nicht sterben. Müssen wir nicht sterben. Hey, bleib da dran. Hey. Ich hab hier grad nachheilig den ganzen Tag gemacht. So. Da hinten ist noch einer. So. Jetzt prob' ich das nochmal. Nicht unterbrochen wird den. So. Und. Ich muss noch Heilerin ein bisschen heilen. Weil die wird jetzt grad attackiert. Dann heil ich sie mal ein bisschen. Ein bisschen. Ein bisschen. Und mach hier Bereichsreinung hin. Mhm. Mhm. So. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich muss verheilen. Oh. Ich. Sollte mich auch ein bisschen heilen. Geht mir weg. Lass mich in Ruhe. Mann. Du Hämmer. Hämmer. So. Holt den mal jemand? Okay. Ja. Ich muss kurz um die Ecke wieder. So. Mal hier. Stopps geben. Und die Reichsreinung. Gut. Äh. Der eine ist eben um die Ecke verschwunden. Konnte ich nicht mehr heilen. Aber Ine hier kann ich noch heilen. Und Jaina kann ich auch heilen. Und Space-Ding. Scheiße. Genau. Boah. Immer diese Machtlosigkeit. So. Da kommt einer. Ah. Okay. Da sind ja schon drei. Gut. Dann können wir auch in der Mitte bleiben. Und uns prügeln. So. Heilerin heilen. Auf. Ich muss noch mal ein bisschen Macht reingang mal kurz sein. Was willst du? He? Weg. So. Gut. Dann gehen wir. Geben wir mal mit. Bildung. Und wir sehen uns in den nächsten Folgen. Bis zum nächsten Mal.